Hallo liebe Handballfreunde zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin hier aus der Reiferbahn, genannt die Hölle, wo heute der SV Grün-Weiß sein erstes Heimspiel bestreitet gegen den SC Alcertal-Langenhorn. Der erste Spieltag begann mit einem Sieg gegen den VfL Bad Schwartow. Mal gucken, was unsere Mädels heute hier vor heimischem Publikum zeigen können. Es gibt heute nämlich noch ein weiteres Luchum, der zum eigenen Verein mit Herrn Thorsten zu erholen wird. Ja, wir haben gesessen in unserem Spiel, wir haben noch ein Stück nach Neul gemacht, mit der Liga-Dottel-Stadt und wir haben uns ja über das Spiel vielleicht geholfen und dann die Idee, den Verein zu sehen. Für den gesamten Verein komme ich an, bis nach oben, dass wir noch auf die Applikationen haben, mit dem Verein. Und ja, wir werden hier und ja, wir werden hier. Und ja, wir werden hier und wir werden hier. Ja, so ein bisschen hat den Role und diese Witte hier auch angekommen. Ja, so ein bisschen hat den Role und diese Witte hier auch angekommen. Und das ist jetzt gerade für die Tür. Wie war die Türmeiste, die weiß, ist natürlich auch sehr gerne, tiefe Witte hier. Es ist relativ schnell, aber wir werden gleich gefallen, ein bisschen Text zu finden, einfach passend hinzuschauen. Also, dass alle hier, die hier wirklich große Sachen haben und auch das Elter-Stadt-Stadt-Borren sind. Das geht dann an, wie wir im ganzen Alter, sozusagen, bis zum Alter, wie wir mit dem Elter-Stadt-Stadt-Borren mit dem Elter-Stadt-Stadt-Stadt-Stadt-Stadt-Stadt-Stadt-Stadt. Und wir grüßen unsere Gäste, die gehen jetzt vom SC1-Stadt-Stadt-Stadt in Langenhau. Herzlich Willkommen. Applaus 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 Das war's für heute. 12. Steffi Duhr. 19. Klassi in 19. 25. Kibirjana. 31. Viljanao. 30. Haftin Jürgenau. Bitte schön für die letzten Leute an Rossumera B. Die Nummer 8! Die Nummer 8! Die Nummer 8! Die Nummer 8! Jetzt kommt er Shot und wieder! Die Nummer 8! Die Nummer 8! Der Nummer 8! Der Nummer 8! Der Nummer 8! Der Nummer 9! Der Nummer 9! Hier. Das war eine gute Folge. Und wir hatten erst mal alles. Das war die Versch�ung. Er wurde schon mal gut. Was war's mit euch? Glockenläuten Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus Vielen Dank. 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 Cheers. 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 Applaus 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 Das war's. mit einem zweiten, 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 der erste, Steffi Tue. Musik 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 Für die Völkste Läden der Martina Ehrs. Zweite Karte für die Gäste, die wir hier machen. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8! Der 16. Juni ist der 16. Juni. Der 16. Juni ist der 16. Juni. Der 16. Juni ist 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 der Applaus Applaus Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.